Hallöche Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars Ja, auch bei mir, hallo Ja, wir machen das so, dass es Die Merkamp-Bevölkerung Wir machen das so, dass es einen zweistigten gibt, und zwar meine und Raffaello, weil bei Bad Wars Ja Bado weiter Ich bin zu tun Ja, wir müssen uns die Mittel sichern aber zu spät Was? Was? Das heißt zu spät? So, ich mach mir noch schon ein Schwer-Kilein Bringst du mir auch ganz vorbei? Sie Sie sind ja was Ja, wir haben niemanden halt im zweißigten Aufweis Ganz mindestens schwer zu werfen So Jetzt wird geflext Da kommt schon die erste Flex In Flex Flappen zwei haben mich getötet Aber die hätte eigentlich ihr One-Hit sein sollen, oder? Achtung Da kommt jemand Der glaubt, der ist sehr cool Und der hat einen Bogen Keiner hat mich kein einziges Mal getroffen GG Alter, yo Vielleicht doch ein Hacker? Na bitte nicht Ob der auf jeden Fall nicht Okay Du brauchst mir schon das Bett so, weil sonst sind wir im Arsch Ja Der Der dich getötet hat, ist auf jeden Fall kein Hacker mehr Alter, ich hab den gerade getötet, obwohl er eine Rüstung hatte und ich nicht Was ist mit Gelb? Gelb sind wieder solche Naja, nicht so intelligenten Bad Wars Spieler Bist du vielleicht bei uns? Ja Ähm, die kommen, die kommen, die kommen, einer kommt, einer kommt Hast du ein Schwert? Alter, 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 alter Bitte Hilfe, bitte Hilfe Oh, heil, bis jetzt, Alter Oh Sepp, ich verdanke dir mit Leben Ja, sonst hätten wir jetzt verloren Höchst, naja, hätten wir vielleicht eh nicht Du hast den Bogen? Ja Oh, geil Aber ich Brauche mal Rüstung Ich war wieder das Bett so, professionell zu Professioniell Oh Die Angriffe scheiden Gott sei Dank schon aus Punkt So, ich bräuchte auch einen Bogen Bisschen Jolt Okay, grün ist aus dem Rennen Also Halb Da kann ich natürlich auch tagelang dort campen Aber weißt du, was ich machen würde? Nicht tagelang, okay So, ich bin jetzt bei grün Und kann mir jetzt dort von der Quelle auch was machen Ich hab den von Rot nämlich dort getötet Alter, komm wieder zurück Nicht, dass ich dann auch noch gekillt höre Du kannst jetzt so grün auch laufen Wegen Sachen Okay, gelb, gelb Gelb wird, glaub ich, ein lange Eine lange Qual Schau dir die mal an, was die auffüllen Ich mein, also Das ist erstmal eine Festung Darüber könnte ich ein Video machen 10 Bettwurst-Arten Also 10 Bettwurst-Spieler Also 10 Bettwurst-Spieler Also 10 Bettwurst-Spieler Arten von Bettwurst-Spielern Weil Das ist Ich weiß Die kommen halt Blut, oder? Ja So ein geiles Gedächtnis Gemächtnis Eins willst du wissen, ich spiele jetzt, weil sie nicht vier Runden Nein, drei Und sie bis jetzt jedes Mal Team Blond haben jede Runde gewonnen Jetzt müssen wir natürlich nur mal auf ein Team aufpassen, weil wenn sich Geld nicht drüber war So Ich bräuchte mehr Eisen Oh, geht doch Ich habe jetzt den besten Bogen Junge Und die beste Brustplatte Geht schon los Okay, ich treffe hier nicht wirklich wen Ähm 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 Ich bin auf meiner Pfeil Meine A und DE ein bisschen Da geht schon Komm Komm schon Weißt du, der da dort stehen Habe ich Zweiter, dreimal schon getroffen So, jetzt hole ich mir den Cut Camper Okay, den hast du jetzt eliminiert Der da vorne nur am Campen ist Äh Hä? Wieso habe ich den Kill jetzt bekommen? Weil es denn du runtergeschossen hast? Ich habe nur untergeschossen Ja Habe ich mir nicht so ausgeschossen Nimm mal Wie konnte er da runter fliegen? Wie konnte er da runter fliegen? Was hast du Gold für mich? Ähm, warte Ein Gold noch und ich könnte uns beiden zwei Eisenschwerter machen Ich habe sieben Gold Okay Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Ich gebe dir eins auch gleich mit Was soll ich da alles mitbringen? Äh Spitzhacke und Spitzhacke und Eisenschwerter Der versucht es wirklich Ja, Nubal Nein, also Die Beleidigung bitte nicht ernst Wenn ich Nubal oder so sage Es ist Ja Doch, Mohaha Doch, Mohaha Nur Was gelb da aufführt Sie sind halt mega Nacht Aber wenn wir mit Eisenschwerter zu hinten Ich habe kein Schwert, gerade Schnell, da kommt er Ich habe kein Schwert, ich kann dir nicht helfen Oh, danke Ich brauche es zum Fugen Ah, meine Maus, wie das so schön Wie, Joke Oh, da kommt wer Der Eter hat es so was Der möchte es wirklich drücken Der hat den Knüppel Ja, also Ich habe ihn von in den Rücken geschossen Oh, das muss ich nun So wehtun, wenn ich in das Eisenschwerter im Kopf habe Ich habe 23 Eisen Macht schon wieder richtig Spaß Eines gerade in der Mitte Das wird ziemlich blöd Wird es ein Goldheim tragen Wenn du Hilfe brauchst Nein, einer wird es ein Goldheim tragen Okay Okay, pass, baby Okay, mach ein paar Heilung trinken Heilung trinken Ich komme aus dem Dreckswasser nicht raus Ich mache Heilung trinken Nein Nein, der kam von hinten Shit Ähm, ja Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen Oh, und der kommt, der kommt Er will es wissen Okay, du bist eh noch gut Oh, One Shot Das ist natürlich jetzt sehr Deprimierend Der kam von hinten Juh, ich habe nicht mal gehört Okay Mein Gott, habe ich ja schon mal Ist ja schon mal was Oh, ich hatte urviel Eisen Äh, egal Trauen wir nicht mehr um einen Tod Könnte auch dazu immer ein bisschen Einmal gestorben Wie oft das Team Rot schon gestorben ist Oder Jetzt nochmal zu Team Gelb Wenn wieder mit Eisenschwert Dann rüber rushen und bogen Und stärke trägt mit allen Sagen können sie nicht mal annennen Eine Chance haben Da, ich Mach Was ist mit dem Was ist mit dem Alter What the fuck What the fuck Alter, was ist mit dem Ähm Ja, da hast du wie das Eisen Das so Eisen Gold Ja, Gold, meinte ich Könntest du mir Brustplatten Das Ganze kannst du auch zu Team Grün rüber gehen Und vielleicht Eisen So holen, dass ich Besse Brustplatte Und auch Lederrüstung Und Essen und Blöcke Bitte Ich hab nämlich Nur ein Schwert mir gekauft Okay Okay, der will schon wieder wissen Willi will sie wissen D Oder beuffiel Oh, was? Der fliegt nicht runter, na, aber jetzt Nein, das tötet dich halt Hörr Stattesichtum er trifft man ein bisschen und dann rüberkommen ich will ich bringe noch was für und an Gedanken 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 Euro Oro Pro oder hochherden den Bogen und was man wo sein ist haben wir nicht alter das Länger stirbt doch alter fast gestorben bin ich so verschwärt habe ich bitte stufe 1 da kommt jetzt der schaffst du das alleine ich habe unterschießen können und als alter werde ich die mal kurz schaffst du das kurz ich wollte Teilungspot ich muss kurz in die Base der wird bis auch wissen auch Friesländer wir sind sie mal angucken alter die Ecke es kommt immer an seinen Schwerden wird es deutlich besser ist ich komme gleich wieder die gelben haben überhaupt keine Lust mehr ich denke ich zu spielen ja das denke ich auch die ganze war ja vielleicht schaffen das gelb aber vielleicht schaffen wir es endlich rot zählen und da müssen wir immer noch zu gelb aber gelb wenn denke ich jetzt mal nicht so schwere gegner sein weil ich laufe mal zu grün ich hole mal Eisen und so alter ist das denn ernst du lass mich alleine mich für 36 Eisen lasse ich dich alleine oh schau wer da rausguckt ja hallo ja hallo das finde ich jetzt weniger sexy mit seiner Unterhose ich wollte töten mit einem Eisenschwer ja Thaddeus du bleibst eh da oder dann kannst du mir sagen nein du bleibst nicht da okay das ist jetzt warte dass ich gehe da wohl einer will es wissen einer kommt zu dir hat es allerdings nicht zu base geschafft ja schaut ganz schön gut für uns aus und auf einmal wendet sich das Blatt einfach so spontan und wir verrecken einfach ich merke das schon das wird eine ewig lange Runde aber wir können wir können nicht drüber weil was macht er wieso tun oh nö 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 und nö 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 na ich bin runtergeflogen aber ihr auch shit oh gut dass ich nur das ist lustig wo aus 36 Eisen ist wieder weg shit ist jemand hab ich es nicht nicht und ich als kümmer zu gelb auch er wird er hat mich du blödes in gelb habe ich ja schon eliminiert hier war wo ich dich in der 30 also auch was er für einen rückstuhl stock der hat er unterschätzt sie nicht die verbürgen mich die ganze bitte sie töten mich zwar nicht aber stelle geblieben ich hab das gesehen nein ich komme zu dir bekloppt nein ah du penner alt hat noch ob das macht er da weg mit dir jetzt habe ich mal fünf schwerter gemacht verschwendung sie dahinter auch kisten okay dann können sie eben so drei schichten kisten werke dann können sie nicht so leicht rein alter ich merke das schon das wird eine ehemals lange aufnahme ich habe die zuschauer mehr er hat sie mir davon so zu so zu so zu so dann wird diese folge ich heute nicht bekommen ich lukse mal obwohl wenn diese stunde eine also wer hat in dieser folge eine stunde dort oder zwei wenn diese stunde ist eine folge mann nur wird ich auch so wie ich als ich werde abfakt wo ich hab den richtig gehittert mann ich habe mich untergeworfen war das muss bitte sein dort einzig gewählt wird wir haben 15 minuten 32 simunden gebraucht ist nicht schlecht ja leute wenn euch diese runde gefallen hat was mal was neues ja die bilderleute wir sind einfach die blöde schaut ich hab mod auf diesen server bekommen hoffentlich hatte ich mal so eine neue also so eine bad was vorgefallen wir könnten auch mal andere spielmodus spielen in der games und west ttt ttt spiel ich nicht aufnahme weil das ist ein bisschen dann muss ich mich einfach zu viel aufregen es ist best wenn ich das nicht aufnehmen ja nichts mehr zu schauen wir sehen uns heute dann noch in der dritten folge dann schon ja ich bin